Herzlich Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts für Frühlingsgefühle, schlechte Absichten, neue Aussichten, Unsinn, Schwachsinn, was ihr alles so bei uns erleben könnt. Die Natascha sitzt bei mir wieder gegenüber vom Monitor und erfreut sich ihres neuen Lebens, denn sie ist nicht mehr so, wie sie vorher einmal war. Und ich komme heute aus einer Beerdigung und ich bin auch nicht mehr so, wie ich einmal war. Komm aus einer Beerdigung? Was ist das denn? Du weißt schon, was eine Beerdigung ist. Beerdigung bedeutet im Prinzip... Ja, ich bin ausgegraben. Ein Lächeln in der Kiste und macht ein Loch und dann macht man da... Ich war noch nicht fertig mit Reden, bitte. Und du kommst raus, du Zombie, du... Komm aus einer... Also ich war heute auf einer Beerdigung. Das war... Deswegen bin ich auch ganz schwarz angezogen, immer noch. Ah ja, was ganz Neues. Du hast nie was Schwarzes an. Na, das stimmt allerdings. Ja, genau. Bei mir darfst du die schwarzen Sachen suchen, weil ich kaufe so wenig schwarze Sachen wegen der Hund, weil ich habe die Tabea, die ist weiß. Und die geht einmal an mir vorbei und dann, was ist das mit der schwarzen Hose? Na gut, das ist jetzt einfach das Beste dran, dass ich mich von meiner Katzenfrau damals getrennt habe, weil wir ja so viele Katzen hatten. Und dass ich jetzt auch meine Katze ja abgegeben habe und ich kann jetzt wieder schwarze Sachen anziehen. Ja, super ist das. Ich habe zwar jetzt emotionalen Verlust erlitten, bekomme keine Streichleinheiten mehr von meiner Katze. Und deshalb bist du in Dauertrauer. Deswegen bin ich Dauertrauer. Sozusagen. Na, äh, ja, süß halt, mein Gott. Ja, aber trotzdem, ich habe mir heute überlegt, vielleicht werde ich heute noch ein bisschen was zu Tod und Abschied sagen. Zu wem? Zu unsere Zuhörer da draußen. Ach so, okay. Ich habe jetzt gedacht, du willst mit dem anderen auch noch reden heute. So, ich gehe zum Beachvolleyball. Ich rede ein bisschen über Tod und Trauer heute mit euch. Wollt es versehen? Da lasse ich mich dann eingraben und kann dann... Stimmt, da kannst du dich auch beerdigen lassen. Nein, da lasst du besandeln. Das ist kein Beerdigen, das ist ein Besandeln. Wie ist denn das? In der Wüste? Sagt man da zu einer Beerdigung, Beerdigung oder heißt die dann Besandung? Oder Versandung? Versandelt. Vielleicht kommt da das Wort versandelt her. Du hast versandelt. Kennst du einen Sandler? Ja. Aber nicht persönlich. Nein, aber hat sich der aus einem Loch in der Wüste rausgegraben und heißt deshalb Sandler? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Das ist dein Begriff, der Sandler. Nein, das ist nicht mein Begriff. Gibt es halt in Wien. Ja. Spannend. Na gut, erzähl von deiner Beerdigung. Nein, ich kann noch nicht. Ich fühle mich noch... Ich bin sogar so ergriffen. Erzähl doch du von der Tatsache, dass du jetzt eine total andere Person bist. Du bist ein total anderer Mensch. Du wirst nie so sein, wie du vorher warst. Genau, das ist ein Riesenunterschied. Ich bin ja jetzt kein anderer Mensch, aber ich bin nie wieder so, wie ich vorher war. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Ich habe heute übrigens, weil ich habe das ja gestern in meinen WhatsApp-Status gepostet oder geschrieben, dass es Tage gibt, nach denen man nie wieder ist, wie man vorher war. Und habe aber noch ein Herz dazu gegeben, damit die Leute eben nicht glauben, der ist wegsturm. Und natürlich gab es Reaktionen, weil das macht die Leute dann ein bisschen neugierig. Und einer hat mir dann geschrieben, wir sind... Das war mir auch vollkommen klar, dass irgendwoher sowas kommt, weil ich weiß, wir sind doch nie wie vorher. Da müssen wir aber jetzt in den fast feinstofflichen Bereich reingehen, weil unsere Zellen sich ja ständig erneuern, was der ja gar nicht meinte. Sondern mit jeder Information, die wir kriegen, verändert sich etwas, womit er vollkommen recht hat. Ich habe mir dann zurückgeschrieben, das stimmt schon. Das ist aber jetzt nicht das, wo sich Menschen... Also die der normentsprechenden Menschen oder die dem größten Teil der Menschenentsprechenden... Die Leute denken über sowas nicht nach. Ganz einfach. Wir wollen das da teilweise gar nicht hören. Ja, keinen... Also wenige Menschen interessiert es, ob ihre Zellerneuerung... Weil wie ist das, alle sieben Jahre sind wir ganz frisch oder irgendwie. Was meinem Gesicht noch keiner gesagt hat, ja. Da ist es alle sieben Jahre frisch. Naja, sieben Jahre... Aber da kommen ja meistens nur Zellen dazu, deswegen passiert das. Deswegen gibt es ja sowas wie Falten oder das Ohrläppchen wird größer und die Nase wird länger. Da kommen Zellen dazu. Die sollen ja eigentlich ausgetauscht werden. Eine weg, eine daher. Und wenn die daherkommert, eine frische wäre, dann hätten wir mit 80 auch noch ein Babyfest. Also irgendwo hakt es da schon. Es kann nicht so ganz stimmen, aber ja. Es wird alles ausgetauscht. Ja, wir kriegen neue Ideen. Bla, bla. Mit den Informationen von gestern sind wir vielleicht ganz anderer Meinung heute. Und sind deshalb ein anderer Mensch. Oder hassen irgendwie plötzlich grüne Autos. Oder whatever. Aber der Grund, warum ich das geschrieben habe, ist, ich habe seit gestern mein Tattoo. Wir freuen uns für dich alle, alle, alle 98 Abonnenten und wie viele tausend Zuhörer wir haben. Wir... Ja, du musst einfach in unserer Facebook-Gruppe dann ein Bild reinschicken. Und jeder, der es sehen möchte, muss halt dann in unsere Facebook-Gruppe. Facebook-Gruppe, chronisch beste Freunde. Genau. Genau. Und das mache ich aber erst, wenn es dann wirklich schön ist. Jetzt ist es ja ganz frisch. Es ist schön, ich mag es. Aber das dauert ja wohl ein bisschen, bis es verheilt ist. Und dann schaut es so aus, wie es dann immer ausschauen wird. Ja, und ich habe gehört, du warst in einer Schlägerei verwickelt. Quasi. Also das ist ja was, was ich nicht wusste. Ich meine, ich habe mir viel erkundigt über und habe mit vielen Leuten geredet, die tätowiert sind und so weiter und so fort. Und die einen sagen, ja, das tut weh. Die anderen sagen, tut nicht weh. Ich war gestern vom Arbeitenschuss so müd, dass ich mir dachte, ich schlafe eh ein. Es ist vollkommen wurscht. Und ja, großflächige Tattoos tun wahrscheinlich wirklich weh. Wenn du sechs Stunden sitzt, das tut wahrscheinlich wirklich weh. Ich war nach knapp über einer Stunde fertig. Also er, der Tätowierer, der Tibor. Und das war jetzt kein echter Schmerz. Es war unangenehm. Und das, was eigentlich am unangenehmsten war, war das Rumgedrücke von ihm. Wobei ich sagen muss, ich mag sehr gern berührt zu werden. Es war ein sehr gutaussehender Mann. Jung. Zielgruppe. Grüße gehen raus, Tibor. Wenn du den Podcast hörst, kommentier doch mal. Ich glaube, du hast super Arbeit geleistet. Hat er. Und ja, aber dieses Gedrücke, wie gesagt, ich mochte erstens, Gott sei Dank, warme Haut gehabt. Die haben meine harte Handschuhe angehabt, aber trotzdem war es nicht kalt. Und das war gut, weil kalte Fingermargenäte. Aber da musst du halt immer ziehen und drücken, damit du dann halt eben da deine Striche machen kannst mit dem Tätowiernadel-Zeugs. Und das war unangenehm irgendwo dann, weil das war schon schlimmer als bei der Massage. Aber vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Massage, weil ich habe es dann doch, ich drehe das dann im Kopf um. Bevor mir was wehtut, stelle ich mir vor, das ist wie Massage und wie heißt das, wenn du gar nicht krank bist, Placebo. Und so, wenn man kann, theoretisch, wenn man es kann, kann man sich an alles reindenken und dann wird er kalt, dann wird er warm. Das kannst du alles zusammen denken. Das ist vollkommen egal, wie es draußen ist. Aber aufgrund dessen kriegt man dann natürlich Blutergüsse. Und das wusste ich nicht. Also ich habe dann gestern am Abend, da kriegst du Folie drauf, die musst du dann tauschen, also einmal waschen, tauschen und dann über Nacht nochmal drauf. Und dann habe ich halt geschaut und denke mir, was ist denn das da daneben? Und dann war das halt so dunkelrot-orange, blau-grün, weiß ich nicht, kann die Farbe, ja so ein alt-rosa. Und dann habe ich gedacht, ah, interessant. Und habe dann gleich mit einem unserer Stammzuhörer geschrieben, der ja auch frisch tätowiert ist. Und der hat gesagt, ja, ja, ganz normal, hat er auch. Ach, sehr schön. Weil ich glaube, ruhig. Ah, der hat auch ein tolles Tätow, habe ich gesehen. Mega. Mega. Der hat sich einen Yoda, glaube ich, stechen lassen, gell? Ja, auf dem Oberarm. Aber der ist halt auch Stunden und der war nicht nur einmal, ne? Unter Stunden gesessen, also der war sicher total fertig nachher. Er kann ja mal kommentieren, wie es ihm danach ging. Ja, aber es ist urschön. Ja, ich habe es gesehen, ich finde es auch. Und ihr werdet es dann auch irgendwann sehen, wenn es soweit ist. Wenn es schön ist. Meins. Und wenn es draußen auch schön ist. Ja, deins natürlich. Aber es ist sehr schön, es ist sehr elegant. Es passt total gut zu mir. Und ich bin voll happy. Also wenn ihr aus der Nähe von Wien kommt oder aus dem Umkreis, da gibt es dann tollen Tätowierer. Ach so, ja, genau. Die heißen, die sind in Wien auf der Marie-Hilfer-Straße und heißen Boris Tattoo. Ja. Und ich war eben bei Tibor. Aber die anderen sind auch super. Also die sind dort alle gut. Weil ich sehe auch immer Bilder. Ich folge denen ja auf Instagram und so. Das ist unglaublich. Also wir kriegen da jetzt nichts dafür, dass wir sie erwähnt haben. Aber wir haben es einfach erwähnt, weil es einfach so nett ist. Ja. Und wenn zufällig nächste Woche einer von euch da schon hingeht, nehmt ihr meinen Schal mit? Genau. Natascha hat ihren Schal vergessen, den sie eh bloß zweimal im Jahr benutzt. Ja. Deswegen vielleicht mitbringen, wiederbringen. Ja, bitte. Bitte. Aber wenn du gerade sagst, ja, da müssten wir uns ja mit unserem chronisch besten Freunde Instagram-Kanal, müssten wir ja denen auch mal vielleicht folgen. Oh ja, das ist eine gute Idee, aber den hast ja du. Ja, stimmt. Musst du mir halt nur sagen, wen ich da anklicken und anliken soll und sollen sie uns re-liken. Aber das interessiert unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht. Ich glaube, es ist immer noch besser, wenn ich sage Zuhörer und Zuhörerinnen, als wie Zuhörerinnen, Zuhörerinnen. Ja, was habe ich gestern gehört? Das ist schlimm, ich würde es gerne machen, aber ich kriege es nicht hin. Ja, pass auf, das war ein, ein, auf TikTok zum Einschlafen wieder. Ähm, ich glaube, das war eine Diskussion von dem Typen von FM, äh, wie heißt denn der? Äh, Ken FM. Ah, Ken FM, Ken Jebsen. Ja. Da habe ich jetzt schon zwei oder dreimal auf TikTok erwischt. Aber jetzt bist du in einer anderen Bubble drin. Äh, äh, ich habe, ich habe dem schon vor zwei Jahren oder so, äh, habe dem viel zugehört. Ähm, aber es war der, der Precht dort, äh, und der hat dann irgendwas gesagt, also ich glaube, es ging eh um diese Genderei und er hat dann irgendwas gesagt, das waren, glaube ich, zwei Wörter und unter anderem, ja, es war, äh, Nationalsozialistinnen und Kommunistinnen. Und da hat er gesagt, er, er findet das prinzipiell, er versteht, warum, äh, man diese Innensachen machen will und so weiter, nur bei manchen Wörtern. Also man sollte nicht so drauf bestehen, weil bei manchen Wörtern geht es einfach schief. Weil wenn du Kommunistinnen sagst, dann sind das nur die Frauen. Wenn du sagst Nationalsozialistinnen, dann hört sich das an, als gingen jetzt nur, als wären das nur Frauen gewesen. Das hörst jetzt nur du, weil du kannst ja sagen, der Kommunist, der Nationalist. Ja, aber wenn, 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 wenn du jetzt über die Gruppe sprichst, musst du immer Kommunistinnen sagen. Kommunisten und Kommunistinnen. Ja, und Kommunisten und Kommunistinnen, so, und Bürger und Bürgerinnen. Und dieses, äh, Innen, das funktioniert nur, wenn das vordere Wort als männliche Geschichte fertig wäre. Bei Bürger, der Bürger. Bürger, Innen, dann funktioniert das. Aber bei Kommunist... Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Geht's nicht. Ja, und das hat er eben auch gemeint, ne, und das, das fand ich auch wieder spannend, ne. Ich meine, ich verwende das eh nicht, das sollen wir alle gern haben. Die haben die alle gern. Wir werden schon mit der Zeit gehen. Besser wär's. Naja, vielleicht, schauen wir mal. Aber wir wollten jetzt eigentlich nicht wieder eine Gender-Debatte auslösen. Naja, das passiert halt, bei uns passiert immer was. Bei uns passiert immer was dazwischen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, denn du wolltest ja über Tod und Abschied reden. Ja, ich wollte über Tod und Abschied reden, weil es mich doch mehr bewegt und getroffen hat, als ich eigentlich gedacht habe. Weil die Verbindung an sich zu demjenigen war ja nie so eng. Und das letzte Mal habe ich ihn zwar vor ein paar Monaten noch gesehen, aber davor, glaube ich, 20 Jahre nicht. Da aus der Verwandtschaft. Aber allein schon dieses, wenn du zu einer Beerdigung kommst, wenn du die Leute siehst, die meisten sind schwarz angezogen und sind, dieses bedrückende Gefühl. Weil natürlich Leute dabei sind, die weinen die ganze Zeit, die sind gerührt ohne Ende oder andere sind nur starr, wo du denkst, der holt sie zurück und der schaut nur, dass er dieses Ritual, also katholische Kirche natürlich. Die Katholiken, das finde ich ja immer so, eigentlich so ein hartes Volk, wenn du dann in dieser kalten Kirche sitzt, da kommt für mich jetzt nicht so diese glorifizierte Wärme durch des Abschieds. Es ist halt einfach so ein, wie soll ich sagen, ein Ritual einfach. Es folgt einem, wie halt dieser Kirchenablauf läuft, dann kommen die Fürbitten und dann, aber wo es mich halt getroffen hat, weil ich eben im Mittelgang, also ich stand so richtig so mehr in der Mitte und konnte so auf das Bild von demjenigen schauen zum Abschied. Und wo ich für mich dann festgestellt habe, dass sowas wie eine Kirche oder eine Beerdigung oder eine Trauerfeier, dass das etwas immens Wichtiges ist, weil du verbindest dich nochmal mit demjenigen oder mit seiner Energie oder mit den Erinnerungen, die du an die Person hattest. Also so ging es mir, ich weiß nicht, wie es dir geht oder was du da für Erfahrungen gemacht hast, aber das hat mich sehr ergriffen, weil ich dann an eine Zeit gedacht habe, wo ich noch relativ jung war, wo wir sehr oft dort waren und ja, es hat mich so an eine Zeit erinnert, die sehr lebendig war, aber halt vorbei. Aber ich habe mich halt einfach an diese schönen Sachen oder an diese Lust, weil es war einfach ein herzlicher, lustiger Kerl. Und wenn du das, wenn du das dann siehst, du schaust aus Bildern und dann kommt so dieser Film zurück, wie das früher war. Also du gehst quasi mit dir selbst auch so in die Vergangenheit und diese, in diesen Moment, wie du diesen Menschen einfach empfunden hast und du hast diese Verbindung dann nochmal für einen Augenblick, so hatte ich das Gefühl. Und das hat mich sehr berührt. Und dann aber wieder loszulassen und zu sagen, okay, jetzt zu kapieren, der ist nicht mehr da. Das war für mich schon jetzt vom Gefühl her, diesen Cut wieder zu machen aus der Sache. Das war sehr, sehr special, also es ist jetzt wirklich auch sehr ungefiltert, was ich jetzt so erzähle, weil, ja, weil es mich einfach ergriffen hat. Und ich glaube, das ist aber vielleicht so ein Prozess, der einfach wichtig ist. Weiß ich nicht. Also ob er wichtig, ich meine, wichtig, ich weiß nicht, aber für den einen mag er wichtig sein, sagen wir mal so, und für den anderen eventuell nicht. Wenn man einen Psychologen fragt, dann sagt er wahrscheinlich, ja, super wichtig, weil du brauchst deine 20.000 Phasen der Trauer und was weiß ich. Keine Ahnung, das mag stimmen oder nicht, das weiß ich nicht. Ich gehe ungern auf Beerdigungen. Also wenn ich nicht muss, bei meinem Papa war ich natürlich. Und da war es vielleicht auch wichtig, das kann ich nicht sagen. Wobei ich eher nicht so der, ich bin eher der Typ, Schublade auf, Zeug, das ich nicht mag, rein, Schublade zu, fertig. Ja, dann bin ich vielleicht aber auch der Typ, der dann irgendwann eine Depression kriegt. Ich habe, ich weiß es nicht, ich habe jetzt keine, also so schlimm kann es nicht sein. Aber da geht sich ja jeder auch ganz anders damit um. Aber wenn sonst jemand stirbt, in meiner Verwandtschaft halt, weil in meinem Freundeskreis, die Leute sterben völligst nicht. Also ich mag das nicht besonders, wenn jemand stirbt, den ich mag. Das ist verboten. Und ja, also wenn ich es irgendwie schaffe, dort nicht hingehen zu müssen, dann gehe ich da nicht hin. Ich war vor zig Jahren, das war noch vor meinem Papa, auf einer Beerdigung. Das war die Cousine meines Papas. Kannte ich auch, ja. Und war aber jetzt nicht so, ja, die war lieb und nett und ich habe die ein paar Mal getroffen, weil sie auch die, also ich mit ihrer Tochter befreundet bin. Und, aber ja, war jetzt nicht so, dass ich sage, mein Lieblingsdant oder irgendwie so. Also Beziehung hatten wir eigentlich keine. Nichtsdestotrotz, ich war auf dieser Beerdigung und bin irrsinnig traurig geworden. Aber das war nicht wegen der Person, das war nicht wegen meiner Beziehung zu der Person, das war wegen der Menschen. Also erstens war es die Mutter meiner Freundin. Das hat mich extrem mitgenommen, weil meine Freundin so traurig war. Und ich dann eben diese vielen traurigen Menschen gesehen habe und die sehe ich dann ja nicht nur, sondern die spürst du ja auch. Also die gesamte Energie, die du auf so einer Veranstaltung hast, ja, die ist voll mit Emotionen, meistens mit Emotionen der Traurigkeit, manchmal vielleicht auch, wenn man sehr feinfühlig wäre, dann spürt man vielleicht auch irgendwo ein, na Gott sei Dank, jetzt endlich ist der weg, hörst du, da war ich schon Zeit. Oder was auch immer Menschen halt fühlen, wenn jemand geht, es gibt ja auch Menschen, die da hingehen, weil es halt sagen, ah, ist er, jetzt hat es jetzt endlich. Ist er wirklich weg? Zum Vergewissern. Aber damals habe ich mir gedacht, ja, jetzt abgesehen davon, dass der Trauerredner phänomenal war. Also das ist so was Wichtiges, wie der da vorne rät, ja. Also von so einer Lebenslaufaufzählung halte ich persönlich natürlich überhaupt nichts, ja. Wenn da einer wirklich so rät, als würde er den kennen, also der sich dann halt wirklich auch mit den Familienmitgliedern da zusammensetzt und so weiter. Also eine schöne Stimme wäre natürlich auch schön und so. Ich glaube, sowas ist extrem, extrem wichtig. Wie gesagt, es waren so ein paar Fürbitten und der Pfarrer hat eine gute Stimme, aber er macht halt seinen katholischen Quatsch. Der Pfarrer bei meinem Papa, der war, gut, jetzt darf ich wieder aufpassen, der war kein geborener Österreicher. Der hatte somit einen Akzent. Prinzipiell überhaupt kein Problem, aber das war jetzt nicht ein Akzent, wo ich sage, das ist so ein Akzent, wo ich... Gern höre. Ja, weil, also, gerne, ja, nein, also erstens höre ich ihn nicht gern. Wenn man redet, ist kein Problem, aber wenn so Gefühle ins Spiel kommen oder so, dann will man halt schon was Geschmeidigeres hören und nicht irgendwas Krachendes oder so. Aber gut, das ist meine Meinung. Aber ich habe damals festgestellt, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich könnte auf jede Beerdigung gehen in der Welt von fremden Menschen und würde dort wahrscheinlich zu weinern beginnen aus Mitgefühl zu den Menschen, die traurig sind. Also ich muss den gar nicht kennen. Ja, ich meine, das war ja auch so diese Geschichte, was ja noch dazukommt zu diesem Ganzen, wenn dann, wie ich ja schon gesagt habe, dass du, du hast da einfach eine Energie der Traurigkeit. Und eigentlich ist Schad, aber das können wir noch nicht anders. Also es gibt Menschen, die können das anders. Es gibt auch Völker, die das ganz anders handhaben. Natürlich wäre es lustiger gewesen. Aber bei uns ist das eher... Der war so lustig, wenn du von ihm vielleicht noch irgendwie so einen lustigen Einspieler gehabt hast. Ja. Oder was haben... Das war eins der netten Sachen, wo sie gesagt haben, was immer sein Spruch war, es geht mir nicht so. Oh, wie es ist... Was tut, geht mir nicht so. Also wenn die bei meiner Beerdigung nicht lauter lustige Sachen erzählen oder rumblödeln, also wenn da nicht einer ist, der blöd rumblödelt und irgendeinen Dreck macht, ja, dann bin ich angefressen. Ich lade an Mario Bart auf deine Beerdigung ein. Zum Beispiel. Nicht. Warum? Der gendert auch nicht. Ja, eben. Muss er nicht sagen, die Natascha Ihnen. Was willst denn du auf deiner Beerdigung oder wie willst denn du überhaupt? Wie hättest du es denn gern? Boah. Da habe ich mir früher mal Gedanken gemacht, auch was für Lieder, das gespielt werden sollen, aber ich glaube, das müsste man alles nochmal neu überdenken. Viel schöner fände ich es ja, wenn man sich jetzt schon mal irgendwie von Freunden das sagen lässt, was sie einem sagen würden, wenn man gegangen ist. Ja, dann bist die Hälfte deiner Freunde los, du Dödel. Stell dir vor, die Leute sagen da jetzt die Wahrheit. Ja, und dann war halt der Mick. Da gibt es dann so Geschichten wie, ich mag dich ja eigentlich. Aber. Aber, dass du immer zu spät kommst, das regt mich so auf. Dass du immer in dein Handy schaust. Du bist ja nie da, du schaust immer in dein Handy. Also man hat ja nie das Gefühl, man ist mit dir zusammen unterwegs, weil du schaust ja immer in dein Handy. Oh mein Gott, ich sage dir was noch. Also, was jetzt eben, beim Abschied, ich habe ja dann auch noch seine, seine Frau umarmt, mehr oder weniger. Und das war, du bist deiner. Was? Ich werde gerade erst weg und dann ran an die Frau. Also wirklich. Das war zum Trösten. Ja, genau. Und das war auch sehr emotional. Ja, klar. Das war sehr, und ich war bloß mit dem, mit dem, mit dem, mit meinem, mit meiner Energie beschäftigt, so nach dem Motto, äh, gib ihr gute Energie. Also so, dass sie sich halt in dem Moment einfach, okay, loslassen kann. Mhm. Ja, und was machen wir dann mit so einem Abschied? Ja, tschüss. Geht das so einfach? Was geht schon einfach? Es geht alles so einfach, wenn man es sich macht, ha, 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 wenn man es kann. Also, ich habe, also, bei meinem Papa, da war es halt wirklich schlimm. Es war erstens schlimm, weil ich eine sehr enge Beziehung zu meinem Vater hatte. Und zweitens war es schlimm, weil er nicht wollte. Weißt du, wenn einer ewig krank ist und der hat eh schon keine Lust mehr aufs Leben oder so, ja, dann denkt man sich zumindestens, ja, für ihn ist jetzt gut, für, wir wissen ja nicht, was den dann nachher wieder fährt oder wie es weitergeht. Wir haben ja nicht viel Ahnung, also wir zweimal schon gar nicht. Wir denken uns dann irgendwas, ich gehe Schlumpftanzen oder was weiß ich, was ich mache. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es so aus ist. Aber schlimm ist ja, wissen wir, immer für die, die zurückbleiben. Weil die hocken da, die haben keine Ahnung, wo ist der jetzt, was ist der, ich kann mit einem nicht mehr reden, was nicht stimmt, reden kannst du immer, aber du kriegst keine Antwort oder hörst das zumindest nicht, selbst wenn du eine kriegen würdest. Aber wenn man jetzt eben sieht, es leidet jemand und so weiter, dann sagt man sich halt ja, es ist eine Erlösung für ihn, das hörst du ja oft. Für meinen Papa war das keine Erlösung, es war Frechheit. Und das, was ich eigentlich war und eigentlich wahrscheinlich immer noch bin, wenn so ein Psychologe da herkommt, mit sich drauf, ich bin angefressen. Ich bin sauer, das war nicht in Ordnung, ich halte es nach wie vor nicht für in Ordnung, das war verkehrt, das war der falsche Weg, da hat sie reagiert, so administrativ, der ist im falschen Register geschlupft und so, weil der wollte, hat er auch noch gesagt, ja, also ich weiß noch, so das letzte Mal, wie er auch noch, die letzten drei Tage oder so, war er von den ganzen Schmerztabletten und so weiter dann schon ein bisschen, also da kam dann nicht mehr viel für uns sinnvoll Verstehendes raus, er hat dann auch immer das Telefon hingegen gehört, das fand ich auch lustig, gar kein Telefon da. Man muss abheben, muss abheben, wenn man doch so ein bisschen du unterwegs ist. Apropos, apropos Telefon klingelnd. Ui, nein. Sag nicht. Wir waren, sag ich jetzt mal, gerade fertig, also ich hab, wir haben uns verabschiedet, waren noch mit, mit meiner, mit meiner Mutter und mit meiner Tante, waren wir noch kurz ein bisschen abseits gestanden, auf einmal macht das immer so, wui, 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 also so ein abgedämmtes, wui, 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 was ist da jetzt los und keine Ahnung, haben die bei uns in Deutschland schon wieder so eine, eine, eine Notrufwarnung an jedes Handy geschickt? Was? Ja, es gibt so, um 11 Uhr, mein Handy hat nicht mehr aufgehört zum wui, 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 ich hab's, glaube ich, fünf Minuten, hab ich's nicht abstellen können, weil ich entweder einen Ruhemodus drin gehabt hab oder sonst irgendwas, ich hab's in meiner Jacke gehabt. Steht da noch was da oder macht's nur wui, wui, wui? Ja, da steht auch noch was da. Was steht denn dann da? Test. Heute angeblich wegen Test und. Ja, also es steht dann da, aber es ist zwar wui, 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 aber es ist nix. Wir schauen nur, dass was, wir schauen nur, ob da Handy verrückt spinnt. Wir üben den Notfall, weil wenn man was gut übt, dann können wir Notfall nachher richtig gut. Super. Naja, es wird ja immer wieder getestet, welches Handy schlägt aus und welches nicht, weil es reagiert ja nicht jedes Handy drauf. Weil prinzipiell finde ich das ja auch nicht so wirklich mega blöd. Ich finde es nur, ich finde es nur immer merkwürdig, weil die Sachen, die, das hätten die vor zehn Jahren auch testen können oder vor fünf Jahren, ja. Jetzt wird ständig getestet, ja. Also langsam frage ich mich wirklich, zuerst testen Sie es und dann brauchen wir es wirklich. Naja, das Problem liegt, glaube ich, auch darin, dass ja immer mehr diese, diese Sirenen abgebaut worden sind, wenn halt wirklich was ist, dass im Ort irgendwie so ein Riesenalarm losgeht. Wir haben den Alarm, weil in jedem Ort hast du Feuerwehr. Ja, aber du bist dort, der Freiwillige aus dem Bett raus springt und in seiner Feuerwache ist. Da glaubst du noch nicht, wie schnell das geht. Bei mir macht das wui, wui, wui und ich kann gar nicht so schnell bis zum Fenster gehen. Wumm, wumm, fahren die Autos vorbei. Wahnsinn, wo ich mir immer denke, arbeitet da keiner. Wir sollten einen Podcast für freiwillige Feuerwehr machen. Ja, die haben es eh nicht. Also ich bin toll, dass es die gibt. Ich bin toll. Ich finde. Du bist da toll. Das ist super. Mit einem Freund, schon Versprecher. Nein, ich finde es super, dass es die gibt, weil wenn es die nicht gäbe, dann hätten wir ein Problem. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, warum es nicht eine Berufsfeuerwehr gibt. Gibt es doch bestimmt auch. Ja, in Wien, aber nicht am Land bei uns. Am Land sind meistens die Freiwilligen. Ja, und das finde ich schon arg. Kann man sich nicht leisten. Das haben wir letztens schon gesagt. Wir können uns ja nichts mehr leisten. Nein, wenn wir alles für den Krieg ausgeben. Ja, den können wir auch nicht. Der uns nichts angeht. Ja, aber also geht zurück zu ja, ein paar Händen. Bis ich dann draufgekommen bin, weil ich habe ja mein Handy in der Innentasche in meiner Jacke gehabt und die Jacke war zu und dann kommt denn das her, wo kommt denn das her und irgendwann habe ich mein Handy und meine Jacken auf und dann Er war schon auf lautlos. Nein, normal ja. Entschuldige, wenn du auf eine Beerdigung gehst, drehst du es normalerweise auf lautlos. Das macht man so. Außer, weil es der Depp, der vergessen hat. Ich glaube, ich hätte es diesmal sogar nicht auf lautlos gehabt. Also, aber klingeln auf lautlos. Aber ich habe mir vorher eben noch, glaube ich, Sprachnachricht angehört, deswegen war die Lautstärke eben laut. Ja, aber wenn es lautlos ist, dann schlägt die Lautstärke ja nicht an. Ja, aber komischerweise war ja dann dieses Notfall. Ja, das wird das umgehen, weil es viel wichtiger ist. Aber hast nur du gewollt? Nein, nein, nein. Ah, eh alle? Ja, manche halt nicht, die halt schon vorgesehen sind für den Erztfall, dass die halt nicht gerettet werden. Geil. Mein Handy hat nicht klingelt und ich bin nicht dabei. Genau. Rettungsaktion nicht dabei. Blöd. An meinem Handy steht dann, welchen Bahnsteig ich gehen muss, um gerettet zu werden wahrscheinlich. Ja, ich muss auf 8,5. Oder war das 9,5? War das nicht 7,5? Harry Potter. War 9,5, oder? War es 8,5? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich muss dorthin, definitiv. Ja, da kommst du bestimmt auch hin. Ich renne gegen die Wand, das war Wurscht. Ich nehme halt eine Eule mit, ich nehme ein Gecko mit. Und nimmst halt einen von deinen Hunden mit. Der Dreibeinige kommt bestimmt durch die Wand. Ja. Ja. Und bist du jetzt noch traurig? Nein, jetzt bin ich nicht mehr traurig, aber es hat mich einfach beschäftigt. Ja. Also es hat mich emotional beschäftigt und mir war es jetzt schon ein Anliegen, das einfach anzusprechen. Auch mit dieser Geschichte, dass man sich eben vielleicht nochmal mit demjenigen dann, ist ja unglaublich, was im Kopf passiert und was das dann für Gefühle auslöst. Wenn du diese Zeitreise machst, diese interne für dich, um dann Momente aus deinem Leben mit demjenigen nochmal zu sehen und das nachzuspüren. Das fand ich einfach erstaunlich. Ja, und was ich halt toll finde, ist, ich meine, erstens, dass du es gemerkt hast. Das merkt man ja oft nicht, wenn man sich keine Gedanken macht. Das passiert ja den anderen vielleicht auch, nur die analysieren es dann nicht, die beobachten es nicht, die reflektieren es nicht und so weiter, weil, ja, ist, was ich habe an den gedacht, fertig, ist ein Memory, Souvenir fertig. aber, weil ich halt denke, dass dann so Menschen wie du und ich, die über solche Sachen vielleicht auch ein bisschen zu viel nachdenken, wenn es zu viel sein kann, wir das eigentlich dann nutzen können. Also wir haben dann jegliches Werkzeug in der Hand, das für, für unser Leben und für gute Sachen im Leben zu nutzen. Weil wenn du so eine Zeitreise machen kannst, quasi, weil du da sitzt, ja, alle sind traurig, du schaust dir das Büdel an und schwupp, bist du in einer anderen Zeit, wo du mal warst, bist du in der Vergangenheit. Das kannst du ja jederzeit machen. Ich meine, du machst das in deinen Meditationen, hilfst du den Leuten ja auch, dort eben hinzukommen. Zum Beispiel. Ich habe mir auch eventuell überlegt, auch über dieses Thema, vielleicht auch so etwas Besinnliches auch jetzt einzusprechen, als Hilfe oder als Begleitung. Ich weiß, da muss ich aufpassen. Aber ich kann ja auch nur darüber sprechen, wo ich mich auskenne oder was mir widerfahren ist. Aber das war jetzt einfach nur ein Impuls, wer weiß, was draus wird. Ja, ich meine, genau so funktioniert ja dieses ominöse Manifestieren, von dem die Coaches und Cloncoaches alle so gerne reden. Schöpferisches Zeug und brauchst nur Manifestieren, also quasi brauchst nur daran denken, ja, macht er das Büdel von dem Haus, das willst du und dann hast du es. Ist nicht so, macht er das Bild von dem Haus, fühl dich, als wärst du drin, dann kriegst du es. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Dann stellst du erst mal einen Beton und dann machst du es. Weil du musst ins Tun kommen. Das ist ja das im Endeffekt. Genau. Aber ja, ich finde so Gedankenreisen irrsinnig spannend und im Prinzip, ich habe dann auch mal gehört, dass ja das Hirn nicht weiß, ob was reell ist oder nicht. Also ein Gedanke ist ein Gedanke. Das Hirn sagt, okay, Gedanke, was auch immer das ist. Und das unterscheidet nicht, ist wahr, ist nicht wahr. Das ist dann einfach. Ich weiß jetzt nicht, wer dann entscheidet. Das weiß ich auch nicht, aber das habe ich ja auch schon gehört, so nach dem Motto, wenn du in Gedanken, auch wenn du vorher vielleicht noch keinen Halbmarathon gelaufen bist, aber wenn du dich in Gedanken darauf vorbereitest, dass du den bedeutend besser überstehst, als wenn du dich gedanklich nicht vorbereitest. ja, das auch, aber Muskeln brauchst du dafür halt doch noch. Aber wenn es jetzt nur darum geht, also wenn ich jetzt so lange irgendwie was denke, was gestern passiert ist und es ist gar nicht passiert, dann kann es sein, dass ich für mich irgendwann einmal tatsächlich davon überzeugt bin, es ist passiert, nur weil ich es gedacht habe. Gut, das ist ja, ja, das ist schon harter Tobak, ich weiß, das ist jetzt nicht so leicht zu verstehen. Was mir noch aufgefallen ist, ich war ja mit meiner Mutter und die ist ja eine Generation Holzklotz. also ist jetzt böse. Sehr charmant ist das. Es ist jetzt böse, also es ist wirklich, aber meinem Mann, es ist halt so von einem Schlag, da müssen wir durch, es ist egal, wie schlimm das ist, da müssen wir durch. Ja, also keine Emotionen, keine Emotionen zeigen, nicht, keine haben, bei der Holzklotz hätte er ja keine, also eigentlich keine zeigen. Aber das Schöne ist, wir sind da in die Kirche rein und dann hat sie halt so den ersten Anker gesucht und gefunden, es war ja auch eine Verwandte, wo wir uns dann in die Reihe reingesetzt haben, da wurde die mit der gleich zum Labern angefangen. Die hat verheulte Augen gehabt und eine Blume in der Hand und meine Mutter hört ja mittlerweile schlecht, also das heißt, wenn die zum Quatschen anfängt, dann ist das jetzt nicht gleich ein leises Flüstern. Um Gottes Willen, ja. Sondern gleich so angestoppt, Mama, es sagt keiner was. Ja was? In der Kirche redet man nicht, da spürt man nichts, da friert man nur und glücklich sein in der Kirche ist gut. Ja, ich meine natürlich, aber wenn jeder sich so in die Stille begibt, kannst du nicht einfach dann... Auf meiner Beerdigung bitteschön. Ja, dann gibt es Redeminuten, Redestunde. Nein, da kann jeder machen, was er will. Das wird ein bisschen durcheinander. Ja, durcheinander ist cool. Komme ich nicht. Ah, Gebet. Du bist ja der Einzige, Durst. Ich tue es organisieren. Ja, du organisierst das, kommst zwei Worte spät. Ich bin schon viermal verbrannt, du musst ja meine Asche mitnehmen, du musst sie verstreuen, hast du mir versprochen. Ah, ja, stimmt. Wie war das im Winter? Auf der Champs-Élysées. Wieso im Winter und was? Nein. Na, wenn es glatt ist, dass halt keiner ausrutscht. Bist du deppert? Das habe ich nie gesagt, was ist denn mit dir los? An den Strand und dort verteile mich schön. Bitte, jetzt da nicht hinlegen. Da habe ich gerade die Natascha hingelegt. Die fünf Quadratmeter, die müssen jetzt frei bleiben. Siehst du einen Haufen nicht? Da liegt die Natascha. Wie die Deutschen, die in der Früh mal mit ihrer Badehandtücher die Plätze belegen. jetzt legst du da mal Asche hin und sagst, der ist schon besetzt. Ja, du musst dann... Kommt der Windstoß? Opa, die schaut sich ein bisschen um. Ah. Ja. Na gut. Ja, wie du es jetzt willst, weiß ich auch nicht, aber gut. Wie ich es jetzt will. Das weiß ich eben jetzt noch nicht. Darüber werde ich mir wahrscheinlich jetzt die nächsten... Werden wir im Laufe der Podcast-Folgen irgendwann, werdet ihr es erfahren, wie ich es will. Ich könnte ja sagen, wie es von einem meiner besten Freunde, der wünscht sich, Stairway to Heaven soll gespielt werden. Und noch was, aber es tut mir leid, musst du mir einfach noch einen Brief schreiben, dass ich es weiß. Oh Gott, oh Gott. Und natürlich, wieder wen haben es gespielt? Andreas Cavalier. Wirklich? Ja, der hat doch dieses komisch ultra traurige Lied. Irgendwann sehen wir uns wieder. Okay. Naja, vielleicht reden wir nächste Woche, aufgrund dessen, dass du den jetzt erwähnt hast, vielleicht reden wir nächste Woche über was und schauen, dass man die wenigsten Klicks über Andreas Cavalier? Nein, über Schlager. Ich gehe am Wochenende auf eine Schlager-Nacht. Oh. Und so, wie es gerade ausschaut, wenn, also, wenn das rauskommt, dieser Podcast, dann ist es ja schon wieder vorbei. Wir haben ja schon wieder einen Zeitsprung. Das heißt, dann weiß ich schon, wie es war, weil so, wie es ausschaut, es schaut schlecht aus. Wenig Leute haben wohl Zeit, Anmeldungen gibt es keine. Die Frage ist natürlich auch, wer meldet sich für eine Party an. aber, ich habe da gerade ein unheimlich schönes Licht draußen. Ich glaube, die Sonne geht gerade unter. Urschön da draußen. Naja, und ich habe mir gedacht, ich schaue mir das mal an. Also, ich habe das Plakat dafür designt, ja. Hast du sehr schön gemacht, das, was ich gesehen habe. Dankeschön. Deshalb gehe ich hin. Und dann fühlst du dich aber wieder schlecht, weil du denkst, es kommt keiner, weil das Plakat so scheiße war. Nein. Ich habe gesagt, man soll das Schlager Party nennen, also, Wenjo, ja. Die haben sich für Schlager Nacht entschieden, fand ich nicht so gut, aber das ist geschmacksam. Die meisten denken sich, oh nein, das ist mal später, gehen nicht hin. Stimmt, die wollten ja auch schon um 6 Uhr beginnen, aber jetzt hat sie irre, ihr könnt ihr keine Party, um 6 Uhr anfangen, aber was ist das, Kindergarten Party? Ihr könnt keine Schlager Nacht. Genau, das erst rechnen. Stimmt, eine Party könnte man um 6 Uhr machen, aber Schlager Nacht, wann beginnt offiziell eine Nacht? Um 8 Uhr? Wahrscheinlich. Eine Nacht beginnt um 8 Uhr. Eine Nacht um 8 Uhr. Wobei eigentlich meine Nacht, das Nachtprogramm, fängt glaube ich um 10 Uhr an. Ja, ja. Fernsehen. Aber ich weiß nicht, ob das ausschlaggebend ist. das Licht ist gerade so irre, es ist unglaublich. aber es sieht leider keiner. Nein, keiner wird sich daran erinnern. Nicht mal du. Naja, vielleicht ist was Blutmond oder so. und dann, also du meinst, unser Schlager, Schlager-Podcast wird dann der schlimmste, schlechteste. Ja, also es wäre im Prinzip eine Challenge, wie schaffen wir es, noch weniger Zuhörer zu haben. und das probieren wir, indem wir über Schlager sprechen. Wobei Schlager an sich, ja, ich meine, die haben ja eine Community, das ist ja unpackbar. Also Schlager-Sänger, wenn die halbwegs gut sind, ja, also die verkaufen ihre Platten ja Ende nie. Nachher sagt keiner, ich habe immer Schlagerplatten gekauft. Also damit geht wohl keiner raus, ja. Und ich glaube auch, dass so Festeln mit Schlagermusik, ich kenne sie von Mallorca früher, die saufen und dann, oder, oder, Apreschi, da spielen die ja nichts anderes als solches, solches Zeug, ja. Techno-Schlager. Aber das geht richtig gut, ja, und ich glaube, da kann man auch richtig, wenn man die Musik selbst nicht mag, ja, dass man dann da so langsteckt wird, wie auf der Beerdigung. bloß in die andere Richtung. Von der Energie angesteckt und hast das dann trotzdem recht lustig, grölst da irgendeinen Dreck mit, vor allem, weil du das ja verstehen kannst. Ja, wie ist das beim, beim Andreas Gabalier, ist das jetzt so ein Halbrechter oder so ein Nationalist? ich kenne den ja nicht. Ja, der ist ja Österreicher. Ich kenne ihn nicht, den Österreicher, was ist mit dir los, sind ja mehr als drei. Ja, aber, du liest ja ab und zu mal so Schlagzeilen oder so. Was lese ich? Headlines oder vielleicht. Headlines über Gabalier, nö. Ja, die tust du ausblenden wahrscheinlich. Nein, also ich lese ganz wenig Headlines. Naja, gut, können wir nochmal recherchieren. In meiner Bubble existiert der halt nicht. Jo. Aber selbst den finde ich manchmal lustig. Jo. Ich weiß nicht, was man vorher trinken muss, aber lustig kann sein. Also wir werden sehen. Ich schlag mich durch. Dann viel Spaß und, ja. Wir werden sehen, ob ich 15 Minuten bleibe oder 20. Naja, gut, wenn viele Leute da wären und Stimmung ist, dann wirst du wahrscheinlich länger bleiben. Aber wenn da... Ja, aber stell dir vor, da kommen nur irgendwie 15. Weil ich immer dachte, ja, ich mische mich und das folgt, dann falle ich auch nicht so auf quasi. Dann merkt eh keiner, dass ich da bin. Wenn dort nur 10 Leute sind, uff. Und da kannst du dir vorstellen, da läuft dann irgendein Schlager und die stehen an der Bar und schlürfen was. Ja, und wie unauffällig kann ich sein? Also das ist ja eh schon schwierig genug. Naja, so groß bist du ja nicht, aber... Aber jetzt habe ich ein Tattoo. Ich gehe oben ohne. Ich geling es... Die haben mir alle so angeschaut, wie kein Tattoo. Ich geling es oben ohne. Na, du hast nichts angehabt, deswegen haben die so geschaut. Irgendwo. Na gut, ihr Lieben. Das war jetzt unser... War wieder so ein bisschen durchgemischt zwischen sinnlich, besinnlich und betrunken. Wir wünschen euch viel Spaß auf eurer nächsten Beerdigung. Oder viel Besinnlichkeit, je nachdem. Ihr könnt euch ja mit uns in Verbindung setzen, wenn ihr Hilfe braucht. Aber ich glaube, wir wünschen euch in jedem Fall Spaß auf eurer eigenen Beerdigung. Weil wenn es dann schon für keinen anderen lustig ist, dann kann man sich selber amüsieren, wenn man seine ganzen Freunde dann sieht, die voll traurig sind. Ah, blöd, ne? Und da möchte... Ich glaube, wenn du da irgendwie astralmäßig hinschaust und ich glaube, du hättest immer den Drang, als möchtest du was sagen. Ja. Und nach dem, passt schon, das ist okay. Ja, aber vielleicht, wenn einer genügend Energie hat, dann schafft das einfach, dass ein Testalarm ausgelöst wird. Das wird in meiner Welt ja passieren. Vielleicht. Oder irgendein Kranz fängt zum Brennen an oder sonst irgendwas. Ja. Der brennende Dornenbusch. Ja. Wir werden sehen. Natascha Kampusch. Du bist so blöd. Gut. In diesem Sinne. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Wir haben das schon lang nicht mehr erwähnt und deswegen, wir stehen kurz vor der 100. Ich müsste eigentlich einen Purzelbaum machen. Ich trainiere ja schon die ganze Zeit, aber wir schaffen nicht die 100. Ja, keiner will das sehen. Keiner will. Die haben alle Angst davor. Wenn wir 99 kriegen und dann eigentlich wirklich so, ah, gleich haben wir den 100er und dann verlieren wir an und sind wieder auf 98. Oder wir kriegen den 100 und zwei Tage später sind wir wieder auf 99. Dann muss ich wieder einen neuen machen. Aber wahrscheinlich wollen sie mich schonen. Ja, nein. Also bitte, bitte battle, battle. Das trauen wir ihm nicht zu, den ich, dass es sich wehtut. Nein, trauen wir ihm nicht zu. Also battle mit E, nicht mit A. Bitte, bitte teilt unseren Podcast und haltet doch die anderen dazu an, ihn auch zu abonnieren. Das wäre Spitzenklasse. In diesem Sinne wünschen wir euch eine tolle Woche und wir, ihr hört uns. Ja. Ob ihr wollt oder nicht. Ciao. Ciao. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Thanks. Vielen Dank.